Tavernengeschichten Geflochtene Bärte und magische Schlachten Kapitel 1 Die Schenke des Zwerges Flint Die Taverne, von der der kühne Zwerg Flint erzählte, war ein Ort voller Geschichten, dicker Rauchschwaden und dem dumpfen Klang fröhlichen Zwergengesangs. Es war ein beliebter Treffpunkt für Abenteurer, eine Oase der Gemütlichkeit inmitten einer Welt voller Gefahren und Rätsel. Flints Ruf als Geschichtenerzähler und erfahrener Abenteurer zog regelmäßig eine bunte Mischung von Wesen an, die begierig darauf waren, die neuesten Ereignisse aus erster Hand zu erfahren. Flint selbst war ein Zwerg mittleren Alters, dessen Gesicht von zahlreichen Narben und Furchen gezeichnet war, die von vergangenen Schlachten erzählten. Sein kunstvoll geflochtener und gepflegter Bart verlieh ihm eine Aura der Weisheit. Da saß er nun, umgeben von seinen treuen Gefährten, in der Ecke der Taverne bei Dornax, ein alter Zwerg mit einem Herzen so groß wie sein Bart. Als Flint zu erzählen begann, schien die Zeit stillzustehen. Der Raum war erfüllt von der Erwartung, die nur die Worte eines erfahrenen Abenteurers wecken konnten. Sein Weinglas funkelte im Kerzenschein, als er von den jüngsten Ereignissen berichtete. Die Geräusche der Taverne verstummten allmählich und die Anwesenden lauschten gebannt den Abenteuern, die sich vor ihren Augen abspielten. Flint nahm einen Schluck aus seinem Becher und begann von den jüngsten Ereignissen zu erzählen. Seine tiefe, rauchige Stimme verlieh den Worten eine zusätzliche Dimension. Er sprach von Maya, einer Goblinfrau von überraschender Niedlichkeit, die trotz ihrer Größe schwer bewaffnet schien. Zusammen mit Kalenz, einem jungen Mann mit Elfenhintergrund, Kalisto, einer mutigen Klerikerin und Lorelai, einer bärtigen Talari mit einem atemberaubenden roten Haarschopf, hatte er sich auf ein waghalsiges Abenteuer eingelassen. Die Beziehung zwischen Flint und Lorelai schien mehr als nur ein zufälliges Zusammentreffen von Abenteurern zu sein. Zwischen den beiden herrschte eine subtile, aber spürbare Anziehungskraft, die Flints Erzählungen eine zusätzliche Nuance verlieh. Man konnte nicht umhin Dornachs zu bemerken, einen liebenswerten alten Zwerg, der im Vergleich zu Flint wie ein Buch mit vergilbten Seiten wirkte. 100 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden sorgten für einige amüsante Anekdoten. Die Taverne, in der Flint und seine Fährten verkehrten, schien plötzlich zum Schauplatz von Intrigen und unerwarteten Wendungen zu werden. Die Spannung in der Luft war greifbar, als sich die Geschichte von Flint in dieser stimmungsvollen Umgebung entfaltete. Kapitel 2 Die Expedition ins Obergeschoss von Stonehell Flints Erzählungen entfalteten sich wie ein altes, vergilbtes Buch mit Seiten voller Abenteuer und Geheimnisse. Als er von der Expedition in Stonehells oberes Stockwerk erzählte, konnte man die aufkommende Aufregung in der Taverne förmlich spüren. Der flackernde Kerzenschein erhellte die Gesichter der Zuhörer, während Flint seine Erzählung mit einer gekonnten Mischung aus Spannung und Humor würzte. Maya, die hübsche Koboldin mit den beeindruckenden Waffen, trat aus dem Schatten der Geschichte. Flint beschrieb sie als eine Frau, die trotz ihrer Größe und ihrer Herkunft als Goblin eine unerwartete Anmut besaß. Kalenz, ein junger Mann mit Elfenhintergrund, wirkte ebenso faszinierend wie die anderen Mitglieder der Gruppe. Kalisto, die mutige Klerikerin, strahlte eine Aura des Glaubens und des Mutes aus, während Lorelai, die bärtige Talari mit dem wunderschönen roten Haar, alle Blicke auf sich zog. Flints Geschichte entführte die Zuhörer in die dunklen Gänge und geheimnisvollen Winkel von Stonehells. Der Geruch von feuchter Erde und die Klänge ferner, unheimlicher Geräusche schienen durch seine Worte lebendig zu werden. Ein Schauer ging durch die Taverne, als Flint von der Begegnung mit einem Ghul berichtete, dessen bleiche Augen in der Dunkelheit leuchteten. Doch das wahre Unheil lauerte weiter oben. Ein gefürchteter Magier namens Malfress, von den Leuten auch Spinnenmagier genannt. Flint enthüllte, dass dieser Magier ein Totenbeschwörer war und untote Kreaturen unter seinem Kommando hatte. Die Zuhörer hielten den Atem an, als Flint von den dramatischen Kämpfen berichtete, die die Gruppe gegen den Ghul und schließlich gegen den Spinnenmagier selbst führte. Die Atmosphäre in der Taverne war gespannt, als Flint von dem Moment erzählte, als er seine Hand verlor. Ein Raunen ging durch die Menge, gefolgt von stillem Respekt für den tapferen Zwerg, der trotz des Verlustes mit Humor reagierte. Die Art und Weise, wie er den gefangenen Malfress in den Mund stopfte, als dieser gefangen genommen wurde, brachte nicht nur Flint, sondern auch die Anwesenden zum Schmunzeln. Die Gruppe hatte sich dem Bösen gestellt und triumphiert. Flint, der Held dieser Geschichte, hatte seine Gefährten sicher durch die Herausforderungen geführt. Und während die Geschichte in der Taverne erzählt wurde, konnte man die Faszination in den Augen der Zuhörer sehen, die nach mehr Details verlangten. Kapitel 3. Der Spinnenzauberer. Malfress, der Totenbeschwörer. Die Spannung in der Taverne erreichte ihren Höhepunkt, als Flint mit einer tiefen Atempause zum nächsten Kapitel seiner epischen Erzählung überging. Die Blicke der Anwesenden hingen an seinen Lippen, als er von der gefährlichen Konfrontation mit dem Spinnenmagier Malfress, dem Nekromanten, erzählte. Die obere Etage von Stonehells verwandelte sich in eine Kulisse voller Dunkelheit und unheimlicher Geheimnisse. Die Gruppe, angeführt von Flint und begleitet von Maya, Kalenz, Callisto und Loreley, wagte sich mutig ins Unbekannte. Flint beschrieb die dunklen Gänge und die düstere Atmosphäre, die ihre Sinne einhüllte, als sie tiefer in die Gemäuer vordrangen. Der Kampf mit dem Ghul war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Die grünen Augen des Ghuls funkelten in der Dunkelheit, als er mit seinen knochigen Fingern nach den Abenteurern griff. Doch die Gruppe zeigte Entschlossenheit und nahm die erste Hürde. Dann tauchte Malfress auf, der Spinnenzauberer, ein Schattenmeister der Nekromantie. Flint beschrieb Malfress mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Abscheu. Sein dunkles Gewand flatterte im Wind, der unterirdischen Gänge und sein Blick verriet eine tiefe Verbindung zu den schattenhaften Mächten, die er zu beherrschen schien. Untote Kreaturen gehorchten seinem Willen und die Gruppe sah sich einem Feind gegenüber, der nicht nur mächtig, sondern auch gerissen war. Die epische Schlacht, die Flint lebhaft schilderte, zog die Zuhörer tief in die Geschichte hinein. Die Magie von Malfress fegte wie ein eisiger Wind durch die Gänge und die Abenteurer mussten all ihre Fähigkeiten aufbieten, um den Spinnenmagier und seine finsteren Schergen aufzuhalten. Es waren Momente purer Verzweiflung und Momente heldenhafter Siege, die dieses Abenteuer so unvergesslich machten. Und dann geschah das Unfassbare. Flint verlor im Kampf gegen Malfress seine Hand. Die Stille in der Taverne war greifbar, die Zuhörer hielten mitfühlend den Atem an. Doch Flint, der die Kunst des Geschichtenerzählens beherrschte, brach die Spannung mit einem Lächeln. Seine Hand, so erklärte er mit einem Augenzwinkern, sei dem gefangenen Malfress kurzerhand in den Mund gesteckt worden, als humorvoller Racheakt. Die Taverne brach in schallendes Gelächter aus, und die Anwesenden genossen den Moment der Erleichterung nach den dramatischen Ereignissen. Aber die Geschichte war noch nicht zu Ende. Flint berichtete von der Verhaftung des Spinnenmagiers und wie der Priester Horadric das zappelnde Bündel in der Eingangshalle abgelegt hatte. Die Bilder dieser kuriosen Szene entstanden vor den Augen der Zuhörer, und das Lachen hielt noch eine Weile an. Flint verriet auch, dass der Spinnenmagier den Abenteurern einige Bauchschmerzen bereitet hatte, und dass Sandra und Shadow sicher erleichtert waren, ihn loszuwerden. Die Erleichterung der Gruppe spiegelte sich in den Gesichtern derer wieder, die Flints Geschichte lauschten. Doch die Geschichte nahm eine unerwartete Wendung. Maya, die listige Koboldin, hatte während des Abenteuers versucht, noch mehr Gold vom Vater zu stehlen. Flint verriet, wie sie im letzten Moment ausrutschte und die Münzen wie ein Goldregen durch den Raum regneten. Die Taverne brach wieder in Gelächter aus, und selbst Dornachs konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, obwohl er mich peinlich berührt ansah, als ich mich kindisch benahm. Maya rettete sich geschickt, indem sie so tat, als würde sie auf der Kanzel beten und großes Interesse an der Kirche und ihren Symbolen zeigte. Die Anwesenden konnten sich vorstellen, dass sie sich tief mit dem Glauben verbunden fühlte, während sie heimlich ein Meisterdieb war. Diese Enthüllung löste einen weiteren Lachanfall in der Taverne aus, und es dauerte einige Zeit, bis sich die Zuhörer wieder beruhigten. Die Geschichte von Flint, Maya und der Expedition in die obere Etage von Stonehells hatte die Taverne in einen Ort der Freude und der Geschichten verwandelt. Die Helden, die in den dunklen Gängen kämpften, wurden zu Legenden, und Flint selbst wurde zum Meister des Geschichtenerzählens. Die Taverne würde diese Nacht nicht so schnell vergessen, und während die Gäste sich zurücklehnten, genossen sie die Erinnerung an ein Abenteuer, das nicht nur in der Realität, sondern auch in den Geschichten weiterleben würde.